Mit unserem «Mach's daheim» haben wir die Zielgruppe total verfehlt. Wir haben die Zielgruppe nicht erreicht, denn das wären die Leute, die gar nicht raus zu arbeiten mussten, weil sie einen Weg AHV haben. Todessehnsüchtige Senioren haben jetzt die Auswahl. Exit, Dignitas, Wandergruppen. Bist du ein Senior, alt und kahl? Und eventuell suizidal? Ja, du hast die Wahl, wie du deinen Abgang möchtest gestalten. Es gibt Exit an der Dignitas. Oder der Jazzclub Schildenas. Sogar der Urnengang wird bis im Herbst zurückgehalten. Kein Grund zum Ausgehen. Bleib zu Hause! Sonst kommt dann die Urne von allein. Schau ein, zwei Folgen, der Riktator und der Alte. Ich weiss, du bist halt ein Rebell, doch ich würde an deiner Stelle mich Gott für die Ohren mal per se an Berset halten. Und was sagt der Berset? Deine Mutter! Deine Mutter bleibt daheim, 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 Deine Mutter, Deine Mutter.